Hallo, in diesem Video eine kurze Erklärung zum Limes Inferior und zum Limes Superior. Was heißen die eigentlich? Eigentlich ganz einfach, der große und der kleine Grenzwert. Bei mir wurde das Ganze mit, Achtung nicht erschrecken, dem Häufungswert definiert. Hier unten habe ich mal die Definition, die in meinem Skript steht. Und es war irgendwie, ja, es finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Warum muss es denn der kleinste Häufungswert sein? Warum muss es der größte Häufungswert sein? Ich finde, man kann sich das ganz einfach an einem coolen Beispiel überlegen. Und zwar, es ist ja egal, wie jetzt die Funktion heißt. Es gibt ja so eine Funktion, oder wir sagen einfach, jede gerade Zahl soll irgendwie plus 1 sein und jede ungerade Zahl soll minus 1 sein. Das heißt, wir machen hier mal eine 1 hin und hier eine minus 1. Soll natürlich 1 heißen. So, das heißt, wenn wir das jetzt fortführen, dann sind das hier immer so Punkte. Ich mache zwar jetzt Striche, aber das ist nur, weil es dann besser, schneller geht. So, das heißt, es sieht ungefähr so aus. Und jetzt kommt der Strich. Wenn man das Ganze jetzt von weiter weg betrachtet, dann sieht ihr natürlich, irgendwo ist irgendwo ein Strich und hier ist irgendwo ein Strich so. Wenn wir uns das jetzt angucken, hat diese Funktion, hat die einen Grenzwert? Nein, hat sie natürlich nicht. Weil es ist ja oben und unten, es zieht sich ja nicht auf 1 zusammen. Aber, und jetzt kommt eben der Limes Superior und der Limes Inferior ins Spiel. Wir haben nämlich jetzt, wir sagen ja nämlich jetzt, es interessiert uns gar nicht, dass es sich auf 1 zusammenzieht, sondern wir sagen nur, wir wollen das Größte und das Kleinste haben. Und das ist dann genau eben der Limes Superior, unsere 1 und der Limes Inferior auch unsere 1, minus 1, Entschuldigung. So, was hat das jetzt mit dem Häufungswert zu tun? Ganz einfach gesagt, um das hier auf unser Problem zu mappen, ist einfach nur, dass es in diesem Bereich, also um die minus 1 rum, unendlich viele Folgeglieder geben soll. Das ist in diesem Fall gegeben, weil wir sagen ja, was habe ich am Anfang gesagt? Jede ungerade Zahl ist minus 1 und es gibt ja unendlich ungerade Zahlen und es gibt auch unendlich gerade Zahlen. Das heißt, es wird unendlich sein, die auf der minus 1 liegen und es wird unendlich sein, geben, die auf der 1 liegen. Und das soll ich dabei von, falls ihr sowas ähnliches habt, nicht von so Sachen wie der Epsilon-Umgebung abstrecken. Habe ich auch schon mal drüber was erzählt. Das ist im Grunde nur, ja, ja, da um den Punkt liegen halt ganz viele. Da häuft sich so ein kleiner Berg hier an.